Das ist ja geil. Leute, wir sind jetzt auf ein bisschen Stein. Geil, Alter. Ich würde sagen, neues Spiel. Game Mode Original. Ich habe gehört, das soll ein Horror-Game sein. Und das war gratis. Deswegen. Also jetzt ja nicht mehr. Game should not be played to play to win. Ja, immersive yourself to a world of story. Ich möchte ganz gerne feel the heartless your enemies. Eieieieiei. Ein sehr, sehr immersiver Ladebalken. Das ist ein heftiges Horror-Game und ein echt heftiges. Worauf habe ich mich hier nur eingetroffen? In hiding. Mining, Spirion, Agera, to French students, Kitchens, blablabla. Worauf hat es geht. Nichts, ja. Seid? Genau. Oh, ich bin bewusst. ugehbar. An 마스크 an ich hier coordinator, mondo. So has every precious moment of joy You have been hollowed out from the inside And there's nothing left of the person you used to be But you try You try to remember how to smile You try to remember how to love And one day you crawl out from your hiding place And step back into the world And then Every day You do what you must to survive Oh my god What was that? Nothing Don't worry Pretending it's not there won't make it go away Salim It's just turbulence It'll settle down soon Yes, yes, I know It's hard though Your head tells you one thing But your heart disagrees Try to sleep I couldn't I keep imagining what might go wrong I know something Yeah, this is a scheiße idee And who's that? Marka Oh I had no idea you brought him I didn't want him to be lonely I know my heart It's good for him to have an adventure But he'll be glad when this journey's over I think He's had a hard life And there's so much more to come Alex Alex I'm not even scared Jasmine, get up here Hello Hello Can anyone read me? Hey, hey Hey, hey What's this is the song? What do you read? Hey, hold on Hey 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 Der Blut, der ihr abstört, das ist nie schön. Ah, du Wechsel! Focus! I am Tessie. I am still Tessie. Oh, god. Where? Abait it. Abait it. Don't give me. You can make it. Alter. Don't forget. Don't lose your safe. Rind damit. Egal wat is. I have, Lorden. It will help. But you must try to keep calm. Or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tessie? Oh. What happened? Where are they all? Where is Salim? Alter, what is that? I have to remember. She will die. Find Salim. My book. My handwriting. I don't remember. Mrs. Ritter. Mr. Hanaci. Hello? That's... Are you there? That's the doctor. I'm here. I'm here. Hello. Hello. This is Tessie. Cruel of the Casabra. Can anyone hear me? Jesus. Alter, was das für eine antike Scheiße. This is Dr. Metzian. This is Ritter. Salim. Is anyone there? Crew of the Casabra. Please respond. We have found help. I am here with Yasmin. Answer! I am here with Yasmin. Answer! Salim! Eva! Can anyone hear me? Wait a minute. I have it. I have it. Wait a minute. Eh... So. I have to go ahead and get my OBS. So, you have to do this. What must I do now? The officer. This is Anton Mitzi. Please. Follow me. Da ist die Funk-Taste. Alter, wo sind wir hier? Ich glaube, dass die Menschen da sind, während ich hier war. Ich glaube. Wo sind sie? Wo ist Salim? Sterling Company Ich sehe die ganzen Flashbacks gar nicht Ich möchte hier ausfüllen Oh Gott Oh Gott Warte, danke Wir haben keine Wahl, wir müssen sie in die Pflicht Ich weiß, es ist Salim, er ist verletzt Du weißt, was er ist Wir holen ihn dort, dann können wir ihn und ich mit ihm sitzen, während der Doktor nimmt einen Blick Don't worry, the caves aren't far. Wo ist die Scheißkiste zu? Ei, ich kann, ich... Also, wir haben... Ein Teekessel, ein Teekessel und ein Teekessel. Machen wir dazu. So, schmilzen wir schon oder was? Ich drück die ganze Zeit, äh, hier, Caps Lock. Entschuldigung. So, schmilzen wir schon. So, schmilzen wir schon. So, schmilzen wir, Caps Lock. So, schmilzen wir schon, So, schmilzen wir, Caps Lock, wenn wir das, zum Teil weitergehen. So, schmilzen wir das, So, schmilzen wir also auch mal. Und wo müssen wir jetzt hin? Ach komm, das ist ein Nobler, wenn ich jetzt wieder eine Sonne verricke, werde ich lachen. Also hier ist offiziell mein Safe-Spot oder sowas. Ach, ich bin auch kein Experte in solchen Sachen. Wisst ihr. Wir sind hier noch nicht fertig, glaube ich. Ich muss hier rauskommen. Find ein properer Schutz, oder ich werde... Nein, Mitchell! Äh... Kann ich hier rein, oder ist hier noch irgendwas? Ich bin mir jetzt unsicher, was ich jetzt hier machen soll. Warte! Dave, Gensrap-Game zufälligerweise. Irgendwie ein bisschen. Und jetzt will ich mir vielleicht sagen, was ich machen muss. Ich weiß nicht weiter, was ich gerade... Wo muss ich hin, weil da noch scheiße? Ich kann nicht hier draußen stehen. Es ist zu heiß. Ey, du bist unter dem Flügel von einem Flugzeug. Wolltest du hier was Kühleres finden? Erklär mir das mal. Möchtest du eine Klimaanlage selber bauen? Los, ich tut keinst dir erstmal wie... Wie? Ach bleib. Ich bin dafür zu doof... Vielleicht muss ich den Weg entlang gehen. Den ich bestimmt sehr, sehr sicher finden werde. Irgendein Film Award. noch eine kamera dokumente also die suitcases habe ich jetzt gelootet hoffentlich, hoffentlich zählt das jetzt auch als gelootet ich kann ja irgendwie keine scheiße mitnehmen, die ist sich dafür zu fein ja die komischen kann ok wir brutzeln schon wieder, jetzt habe ich jetzt habe ich lust auf grillen meine fresse was soll denn das ok hier sind wir richtig salim salim also ich habe die anderen amnesia spiele gespielt aber rebirth noch nie, rebirth war kostenlos auf epic für glaube ich 2-3 tage oder sowas und ich bin froh dass ich mir gold habe amnesia war damals ein krasses horrorgang, das ist ja ungefähr so in der zeit von outlast rausgekommen ich will jetzt auch keine scheiß erzählen, aber ich glaube das ist einfach so und irgendwie gefällt mir outlast 1 immer noch heutzutage super gut ist immer noch ein saunen heißes spiel mit top quality aber ich frage mich, wird das schlimmer also diese kopfschmerzen rein wenn ich in der sonne stehen bleibe, weil das brutzeln verbrennt mir glaube ich ein bisschen die hirnloben um oh, da ist eine kohle oh, danke Gott aber es ist gut, nicht wahr? die Leute sind hier also, wir werden, wir werden, oder schulden stattdessen zu sterben Tatsächlich habe ich nur die Hälfte verstanden, aber ist ja auch egal. So, über drin eine Fellflasche. Kann man die auch sehr sehr gerne aufnehmen. Weil das ist das Lagersystem, das wäre richtig nice. So, jetzt habe ich ein weiteres Schädel-Hirn-Trauma. Das ist ja geil. Leute, wir sehen uns auf den Stein. Geil, Alter. Das kommt auf dem Clips-Kanal. Lein da.